Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hitlers Dummchen oder eine Mätresse des Bösen. Mit diesen banalisierenden Einschätzungen wurde lange Zeit Eva Braun, die geliebte Adolf Hitlers, charakterisiert, auch in der Geschichtswissenschaft. Die Historikerin Dr. Heike Görtemaker, die heute bei uns zu Gast ist, hat diese Fehleinschätzung korrigiert. Sie hat die erste wissenschaftlich fundierte Biografie über Eva Braun, die geliebte und zum Schluss Frau von Adolf Hitler, geschrieben. Darin schildert sie ausführlich, wie eine so blasse Persönlichkeit wie Eva Braun es schaffte, einen Platz an der Seite des Führers zu erobern und sich 16 Jahre im Haifischbecken des NS-Staates zu behaupten. Heike Görtemaker rekonstruierte in ihrem Vortrag die Geschichte der Frau an Hitlers Seite, deren Lebensweg aus einem kleinbürgerlichen Haushalt bis in den inneren Zirkel des NS-Machthabers führte und einen Tag nach der Hochzeit im Berliner Führerbunker mit dem gemeinsamen Selbstmord am 30. April 1945 endete. Welche Rolle spielte sie in Hitlers Kreis, über wie viel Einfluss verfügte sie und was wussten sie und die anderen Frauen der NS-Führer über die Verbrechen ihrer Männer? Ich will natürlich nicht zu viel verraten, aber eines kann ich vorneweg schon sagen. Wer sich fragt, was ich im Schlafzimmer der Hitlers abspielte, wird enttäuscht werden. Klar ist, dass Hitler und Eva Braun Lebensgefährten waren. Mehr kann auch die Biografie Eva Braun Leben mit Hitler nicht entfüllen. Abschließend erlaube ich mir noch einige biografische Anmerkungen zu unserem Gast zu machen. Frau Görtemaker studierte Geschichte, Volkswirtschaft und Germanistik in Berlin und blumigten Indianer in den USA. Sie arbeitete als Historikerin und Autorin in Berlin. In diesem Jahr ist erschienen Hitlers Hofstadt, der innere Kreis im Dritten Reich und danach. Darüber wird übrigens Frau Görtemaker im Juni des nächsten Jahres bei uns sprechen. Zuvor hat sie im Jahre 2005 im Rahmen ihrer Promotionsarbeit ein Buch über die Geschichte der Margret Bovary veröffentlicht. Und im Jahre 2010 eben Eva Braun Leben mit Hitler, das die Grundlage des heutigen Vortrags darstellt. Darüber hinaus hat sie zum Thema Nationalsozialismus an zahlreichen Dokumentationen für das Fernsehen federführend mitgewirkt. Ich freue mich, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Ja, guten Abend und ich erstmal vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass Sie wirklich sehr zahlreich erschienen sind heute, trotz des sehr schönen Wetters draußen. Wie bereits angedeutet wurde, gehe ich von den Legenden aus, die sich immer noch um die Figur Eva Brauns ranken. Und im folgenden Vortrag werde ich ihr Leben und Sterben mit Hitler darstellen. Jenseits aller Klischees entsteht dabei ein neuer Blick, sowohl auf Eva Braun und ihre Rolle im engeren Kreis um Hitler, als auch auf Hitler selbst und die ihnen umgebende Berghofgesellschaft. Also zunächst einmal möchte ich etwas über die bisherige Darstellung sagen. Das ist doch, wie schon angedeutet wurde, eigentlich auch recht spannend, wie diese Figur Eva Braun bisher so dargestellt wurde. Dann im zweiten Punkt geht es um das Verhältnis Eva Brauns in der frühen Phase bis 1935 und auch die Frage, ob es sich tatsächlich um eine intime Beziehung handelte. Da gibt es tatsächlich auch neue Funde. Jetzt in meiner Forschung zum Hofstaat habe ich da doch noch etwas entdeckt. Dann, wie spielte sich das Leben in der Umgebung Hitlers eigentlich ab? Und im vierten Punkt, wie gestaltete sich das Verhältnis Braun-Hitler während des Krieges und der letzten Tage im Bunker unter der Reichskanzlei? Und zum Schluss gibt es noch eine Bilanz. Der Name Eva Braun ist bis heute in der medialen Öffentlichkeit präsent. Auch nach über 70 Jahren beschäftigt ihre Existenz an der Seite Hitlers die Fantasie der Menschen. Filme und Presseartikel zeichneten und zeichnen immer noch vorwiegend das Bild einer Frau, die weitgehend missachtet, als geliebte Hitlers ihr Leben damit zubrachte, in dessen Alpenresidenz, dem Berghof, zu sitzen und auf den Führer zu warten. Sie sei, so heißt es, gänzlich unpolitisch gewesen und habe von den Vorgängen um sie herum kaum etwas gewusst. Sie gilt als historisch bedeutungslos, als sehr blasser Schatten des Führers, wie der Historiker Werner Maser einst schrieb, ja als eine Enttäuschung der Geschichte, wie Hugh Trevor Roper 1947 Speer zitierte, da sie schließlich keine Rolle gespielt habe, bei den Entscheidungen, die zu den schlimmsten Jahrhundertverbrechen führten, das ein Zitat von Guido Knopp. Während Hitlers Name somit weltweit zu einem Symbol für Gewalt, Unmenschlichkeit, Rassismus, Völkermord und Krieg wurde, wird der Ihre als Synonym für weibliche Unterwürfigkeit und Selbsterniedrigung gegenüber männlichen Ansprüchen benutzt. Dabei erscheint sie als eine etwas dümmliche Blondine und er, Hitler, als ein Wesen ohne menschliche Regungen und Bindungen, wird als Unperson und Teufel dargestellt. So erklärte beispielsweise Joachim Fest noch 1999 Hitler zu einem Zwitterwesen, das alle Welt durch seine verführerischen Künste geblendet habe. Erst im katastrophenartigen Ende, so Fest, sei zu Tage getreten, dass Hitler nichts anderes als das Böse selber gewesen sei. Albert Speer, zum Beispiel Hitlers Architekt und späterer Rüstungsminister, so Fest, habe wie so viele nur den Lack über der Figur bemerkt. Noch in der Rückschau werden also Kunstfiguren entworfen, die es nachfolgenden Generationen erschweren, das Wesen der nationalsozialistischen Diktatur zu begreifen. Tatsächlich verhindern solcher Art klischeehafte Darstellungen einen Erkenntnisgewinn. Die eigentümliche Faszination, die von der Konstellation Braun-Hitler ausgeht, führte dazu, dass sich sogar Romane und Theaterstücke mit dem Leben Eva Brauns befassen. Eine ernsthafte, quellenkritische Beschäftigung mit ihr fehlt dagegen. So blieb Eva Braun, ich bin manchmal, ich komme etwas durcheinander hier. So blieb Eva Braun in Hitler-Biografien von Joachim Fest. Hier sehen wir ihn mit seinem wirklich bekanntesten Bestseller. Alan Bullock, Ian Kershaw, aber auch heutzutage noch von Peter Longerich und Wolfram Püter stets eine Randfigur in den Hitler-Biografien. Das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass die Geschichtsforschung, die sich seit Ende der 1960er Jahre vermehrt mit den Ursachen und der Struktur der nationalsozialistischen Diktatur befasste, die Frauen zunächst überhaupt nicht beachtete. Erst seit den späten 1970er Jahren ist die Lebenswirklichkeit von Frauen im NS-Staat überhaupt Gegenstand der Geschichtsforschung. Das Argument lautete dabei, Frauen hätten im NS-Staat keine hohen politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Funktionen ausgeübt. Ihr Einfluss sei somit unmaßgeblich gewesen. Diese Sichtweise galt auch und vor allem für die Frauen der NS-Elite, obwohl diese wie zum Beispiel Magda Goebbels, Emmy Göring oder Ilse Hess das Regime in der Öffentlichkeit repräsentierten und somit sehr wohl eine öffentliche Funktion wahrnahm. Doch die biografischen Darstellungen führender Nationalsozialisten blendeten deren Ehefrauen zumeist völlig aus. Das gilt im Übrigen auch für die Bedeutung von Frauen als frühe Aktivistinnen und Mäzeninnen, die ebenfalls kaum Beachtung finden, wie beispielsweise Helene Bechstein, eine frühe Förderin Hitlers, die ihn seit 1921 finanzierte. Aber auch Karin Göring, Winifred Wagner, Elsa Bruckmann werden bis heute als Frauen dargestellt, deren mütterlicher Instinkt sie zu Hitler hingezogen habe. Niemals ist von möglichen politischen Motiven einer antidemokratischen oder antisemitischen Haltung jener Frauen die Rede. Es geht immer nur um Gefühlsüberschwänge und Mutterinstinkt. Eva Braun nun, die als Nicht-Ehefrau öffentlich niemals in Erscheinung treten durfte und noch nicht einmal Mitglied der NSDAP war, galt für die Geschichtswissenschaft als gänzlich uninteressant. Die Gründe dafür liegen auch in der weit verbreiteten Auffassung, Hitler habe gar kein Privatleben gehabt. So blickte vor allem Joachim Fest auf eine Unperson, deren, Zitat, individueller Umriss für ihn blass blieb. Und er attestierte dem Diktator eine Unfähigkeit zum Alltag. Eva Braun charakterisierte Fest, Zitat, als ein einfaches Mädchen mit anspruchslosen Träumen und Gedanken, die beherrscht waren von Liebe, Mode, Film und Klatsch. Helmut Haiber, ein Historiker, der am Institut für Zeitgeschichte gearbeitet hat, den möchte ich hier mal zitieren, stellte Eva Braun folgendermaßen dar, Zitat, Welche Rolle aber jenes Fräulein Braun, deren geistige Kapazität in ihrer früheren Stellung als Verkäuferin im Laden von Hitlers Leibfotografen Hoffmann völlig ausgelastet gewesen sein dürfte, im Leben des Führers wirklich gespielt hat, ist noch heute trotz der Flut von Enthüllungen schwer zu sagen. Die Wahrscheinlichkeit jedenfalls ist groß, dass sie Hitler weniger als Frau etwas bedeutete, sondern von ihm mehr als eine Art besseres Haustier gehalten wurde, wenn sie nicht gar als bloßes Alibi etwaigen bösen Vermutungen gegenüber zu dienen hatte. Das war also die Darstellung noch in den 50er Jahren. Etwas befremdlich, wenn man das heute liest. Auch Ian Kershaw, einem der renommiertesten Hitler-Biografen, auch bei ihm heißt es, Hitler habe eine tiefere persönliche Existenz gefehlt. Sein Privatleben habe aus einer Abfolge leerer Rituale bestanden. In seiner Beurteilung Eva Brauns greift er ebenfalls kritiklos auf die Nachkriegserinnerungen des Leibfotografen Heinrich Hoffmann zurück. Demnach habe Eva Braun sich immer entweder in Hitlers Münchner Wohnung oder auf dem Berghof aufhalten müssen. Sie habe in Hitlers Rückzugsort auf dem Obersalzberg ebenso wie alle anderen anwesenden Frauen nur zur Dekoration gedient. Es lasse sich schwerlich sagen, so Kershaw, was für eine emotionale Befriedigung, wenn es sie denn gab, Hitler aus seiner Beziehung zu Eva Braun gezogen habe. Viel, so Kershaw, kann es nicht gewesen sein. Woher aber wollte ihren Kershaw das wissen? Solchen Interpretationen leistete zum einen die Erinnerungsliteratur Vorschub, in der Ehefrauen, Freundinnen oder weibliche Familienangehörige, zumeist lediglich am Rande als passiv dabei Gewesene, erwähnt werden. So verbreiteten frühere Anhänger und Mitarbeiter Hitlers nach Kriegsende, Eva Braun sei oberflächlich, politisch uninteressiert und einflusslos, ja eigentlich auch für Hitler nicht von großer Bedeutung gewesen. Zum anderen vermittelten die Frauen selbst den Eindruck, als hätten sie sich in den zwölf Jahren Nazi-Herrschaft ausschließlich um private Belange gekümmert. Selbst Ilse Hess, eine Aktivistin der ersten Stunde, die 1921 in die NSDAP eingetreten war, erklärte in einem Interview in der Nachkriegszeit, sie sei als Frau stets passiv geblieben. Und auch Margarete Speer, die wir hier als zweite von rechts sehen, das sind sozusagen die Damen des Berghofs, die gleich nochmal, sage ich nochmal etwas dazu, schwieg sich zeitlebens über ihre Rolle im Berghofkreis aus und auch über ihre Beziehung zu Eva Braun. Das gleiche gilt für fast alle anderen Frauen, die zum privaten Kreis um Hitler auf dem Obersalzberg zielten. Von links nach rechts sehen wir Gerda Bormann. Die zweite von links ist nicht wirklich klar. Ich nehme an, dass es Gerda Daranowski ist, eine der Sekretärinnen. Dann danach Hanni Morell, die Ehefrau des Leibarztes Theodor Morell. Dann, wie gesagt, Margarete Speer und Anni Brandt. Es war also, wie wir hier schon sehen, doch eine ganze Frauengesellschaft, die Hitler auf dem Obersalzberg umgab. Es kann keinesfalls davon gesprochen werden, dass es sich hier um eine, sozusagen eine Männergesellschaft, ein Männerbund im Inner Circle gehandelt habe. Und ein weiteres Problem für die Darstellung und die Sicht auf Eva Braun ist, dass weder von Eva Braun noch von Hitler Aufzeichnungen existieren, die Aufschluss über das Wesen ihrer Beziehungen geben oder die Rolle Eva Brauns beleuchten. So wird sie lediglich in den beiden Testamenten vom Mai 1938 und April 1945 überhaupt erwähnt. Denn Hitler ließ wenige Tage vor seinem Selbstmord seine Privatkorrespondenz vernichten. Eva Braun hingegen wies ihre Schwester, ihre jüngere Schwester Gretel, in einem Brief aus dem Bunker vom 23. April 1945 an, sämtliche Briefe des Führers sowie ihre eigenen Antwortentwürfe, so schrieb sie, an ihn, wasserdicht zu verpacken und eventuell zu vergraben. Sie schrieb, bitte nicht vernichten. Während Hitler somit am Ende bestrebt war, die Spuren seiner privaten Existenz auszulöschen, bemühte sich Eva Braun mit Hilfe ihrer Schwester darum, sicherzustellen, dass die Nachwelt von ihrer langjährigen Beziehung zu Hitler erfuhr. Diese Absicht misslang. Briefe Hitlers an Eva Braun wurden niemals gefunden, obwohl in der unmittelbaren Nachkriegszeit praktisch jahrelang danach gesucht wurde. Vermutlich wurden sie von Hitlers persönlichen Adjutanten Julius Schaub zusammen mit allen anderen privaten Dokumenten Hitlers am 25. April 1945 auf dem Berghof vernichtet. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die Familie Braun selbst auch Schriftstücke, die den intimen Charakter der Beziehung ihrer Tochter zu Hitler offenlegen, vernichtete. Überliefert ist lediglich von Eva Braun ein 22-seitiges in alter deutscher Schrift abgefasstes Tagebuchfragment aus dem Jahr 1935, dessen Herkunft allerdings umstritten ist, weil sie normalerweise nicht in Sütterlin schrieb. Also diese Schrift eigentlich nicht zu ihr passt und man denkt, dass es eine der Schwestern gewesen sein könnte, die dieses Tagebuch vielleicht verfasst hat. Trotz dieser Probleme lassen Aussagen und Aufzeichnungen Dritter sowohl das Verhältnis Eva Brauns zu Hitler als auch ihre Rolle im privaten Umfeld des Diktators deutlich werden. So haben wir einmal zeitgenössische Äußerungen von Gerda und Martin Bormann zum Beispiel, auch im Tagebuch von Josef Goebbels wird sie ab 1943 erwähnt. Dann haben wir natürlich die Befragungen der Mitglieder des inneren Kreises um Hitler im Vorfeld des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses 1945-46, in dem dann Sekretärinnen, erste Adjutanten befragt worden sind zum Leben und auch zum Alltag von Hitler. Dann haben wir die Vernehmungen der Protagonisten während der Spruchkammerverhandlungen in München 1947 bis 1949, wo dann die Familie Eva Brauns, aber auch ihr früherer Arbeitgeber Heinrich Hoffmann, ihre Freundinnen befragt wurden. Und wir haben natürlich die Erinnerungsliteratur, die vermehrt seit den 1950er Jahren entstand und nun endlich mal einer kritischen Analyse unterzogen werden muss. Denn bis heute leben tatsächlich auch die Hitler-Biografien, immer dann, wenn es darum geht, den Mann zu charakterisieren, von den Erinnerungen jener, die früher zu seinem Inner Circle gehört haben. Beispielsweise wird immer noch Ernst Hanfstengel zitiert oder Heinrich Hoffmann, Otto Dietrich und andere. Und man versteht eigentlich bis heute, finde ich, nicht so wirklich, dass das ja auch Entlastungserzählungen sind und dass das Täter sind, die sich im Nachhinein natürlich versuchten, reinzuwaschen und möglichst Distanz zu Hitler zu schaffen, sodass er dann als der große Führer erscheint und sie als diejenigen, die eigentlich nur zufällig in seiner Nähe gelandet sind. Also Nikolaus von Beelow, Otto Dietrich, Christa Schröder, Heinrich Hoffmann, vor allem aber Albert Speer. Es gab eigentlich kaum jemanden aus dem Inner Circle, der überlebt hat und keine Erinnerung verfasste. Albert Speer beispielsweise schrieb, politisch war sie uninteressiert, kaum je versuchte sie, Hitler zu beeinflussen. Allerdings gestand Speer keiner Frau im engeren Umfeld Hitlers ein Interesse an politischen Themen zu. Auch über seine eigene Ehefrau sagte er, sie sei nicht politisch gewesen. Zudem behauptete der Architekt Speer in seinen Memoiren, er selber sei Hitler willen und fast bewusstlos in eine Welt, die der Politik gefolgt, die ihm eigentlich fremd gewesen sei. Er stilisierte sich somit im Nachhinein zu einem geradezu abhängig-süchtigen, ja fremdgesteuerten. Eine Rolle, die er auch der sieben Jahre jüngeren Eva Braun zubelegte, zu der Speer seit 1933 ein Vertrauensverhältnis entwickelte. Sie wie ich, so Speer, waren der sozusagen hypnotischen Macht Hitlers verfallen. Wir litten beide an ihm, hassten ihn zeitweilig auch, hatten uns aber dennoch nicht von ihm freimachen können. Befördert von der Erinnerungsliteratur und den Frauen selbst, entstand so nach 1945 die These von der weiblichen Unschuld als Teil der Entlastungsdiskussion in den 1950er Jahren. Doch verstellt nun diese, das ist die Frage, im Falle Speers nachträglich kritische Sicht auf Hitler, nicht ebenfalls den Blick auf Eva Braun, erscheint sie dadurch nicht unselbstständiger, abhängiger und inaktiver, als es der Realität entsprach. Wer war diese Frau eigentlich, deren Name untrennbar mit demjenigen Hitlers verbunden ist, die durch ihr gemeinsames Ende mit ihm selber, man kann sagen, zur Legende wurde? Was kann man abseits aller Legendenbildung und Klischees gesichert über sie und ihre Beziehung zu Hitler sagen? Welche Rolle spielte sie in Hitlers privatem Kreis? Welche Motive leiteten ihr Verhalten? Über wie viel Einfluss verfügte sie eigentlich? Und was wussten sie und die anderen Frauen, der NS-Führer, über die Verbrechen? Und was verbannt sie mit Hitler? Wie lebte sie mit ihm? So kommen wir jetzt zu Punkt 2, zum Verhältnis Eva Braun zu Hitler in der frühen Phase bis 1935 und auch zum Kennenlernen. Das ist auch im Grunde nicht wirklich gesichert. Anfang Oktober 1929, wann genau, wissen wir nicht, begegneten sich Hitler und Eva Braun im Atelier des Münchner Fotografen Heinrich Hoffmann in der Amalienstraße 25, vermutlich zum ersten Mal. Genau ist das aber nicht zu rekonstruieren. Hoffmann war nach dem Ersten Weltkrieg ein in München bekannter Presse- und Porträtfotograf, Verleger und überzeugter Nationalsozialist der ersten Stunde. Er kannte Hitler wahrscheinlich schon seit 1919, das hatte er später immer geleugnet, aber beide gehörten der Deutschen Arbeiterpartei an, bereits 1919, die bekanntermaßen eine ganz kleine Splitterpartei war und es ist eigentlich unmöglich, dass sie sich nicht gekannt haben sollen. Also das waren langjährige Freunde und wichtig ist eben zu wissen, dass Hoffmann ein überzeugter Nationalsozialist war und nicht lediglich ein Unterhalter, der eben nur aus beruflichen Gründen als Fotograf in den Inner Circle gelangt ist. So wird er oft dargestellt, so hat er sich selber auch in der Nachkriegszeit dargestellt, dass er quasi nur ein Freund Hitlers gewesen sei und gänzlich unpolitisch. Sein Fotohaus Hoffmann belieferte Agenturen im In- und Ausland mit Bildern. Doch spätestens seit 1928, 29 hatte Hoffmann beruflich ganz auf Hitler, mit dem er eng befreundet war, die gesamte Familie, war sozusagen auch eine Ersatzfamilie für Hitler, er verkehrte dort ganz oft, hatte Hoffmann also 28, 29 ganz beruflich, ganz auf die NSDAP gesetzt. Hier sehen wir ihn übrigens 1940 auf einer Frontfahrt im Westen. Er war im Krieg, also immer auch an der Seite Hitlers und machte Fotos. Er war ein ständiger Begleiter. Landtagswahlkämpfe und Massenveranstaltungen verschafften seinem Unternehmen zunehmend Aufträge nach 1928, 29. Im Herbst 1929, zu Beginn der Weltwirtschaftskrise und vor dem Hintergrund der ersten Wahlerfolge der NSDAP bei Landtags- und Kommunalwahlen in Sachsen, Baden, Bayern und Thüringen expandierte dann Hoffmanns bis dahin kleiner Hinterhofbetrieb. Denn bis 1929 war die NSDAP eigentlich, wie ihren Körscher es mal formulierte, lediglich ein Ärgernis am Rande. Sie war eine kleine Partei, hatte kaum Zulauf, war auch immer sehr finanzschwach, sodass man sagen muss, dass Hitler im Grunde vor allem seit der Neugründung 1925 von seinen Gönnern lebte und von einem Mäzenenkreis, Mäzenatenkreis finanziert worden ist. Aber 1929 ändert sich das und so zog im September 1929 Hoffmann mit seinem Geschäft um, nannte es nun NSDAP Fotohaus Hoffmann und warb neue Mitarbeiter an. Darunter auch die damals 17-jährige Eva Braun. Neben der Pressefotografie offerierte er seinen Kunden die inzwischen für jeden Amateurfotografen leicht zu handhabende Ausrüstung, eine Kleinbildkamera sowie Bilder und Postkarten eigener Produktion. Zu Hoffmanns bevorzugten Motiven zählten seine Parteigenossen der NSDAP, vor allem aber die Porträts ihres Vorsitzenden Adolf Hitler. Der genaue Ablauf der ersten Begegnung zwischen Hitler und Braun, die bei Hoffmann Anfängerin und kaufmännische Hilfskraft war, wie er später selber sagte, und im Büro und Verkauf und auch im Labor arbeitete, ist somit nicht sicher verbirgt. Heinrich Hoffmann selber schwieg sich später darüber aus. Die einzige Quelle, die es eigentlich dazu gibt, ist die 1968 veröffentlichte Biografie über Eva Braun, die von dem türkisch-amerikanischen Journalisten Nerin Igan stammt. Der Mitte der 1960er Jahre um 1967 bis 1967 in München und Ruhpolding vor allen Dingen, Franziska Braun, die Mutter Eva Brauens, ihre Schwestern Ilse und Gretel sowie Eva Brauens beste Freundin Hertha Schneider aufsuchte und befragte. Also über Wochen und Monate lebte er quasi bei den Brauens und erhielt Zugang zu Dokumenten, die sich dann später in Auktionshäusern sozusagen wiederfinden und vor allen Dingen auch von David Irving später verkauft worden sind. Also Nerin Igan und David Irving waren Freunde, der bekannte Holocaust-Leugner, der dann später diese Briefe, zu denen Gunn damals Zugang erhalten hatte, verkaufte. In diesem Buch fehlen jedoch von Nerin Igan genaue Angaben über die Herkunft seiner Informationen und die Übergänge zwischen frei erfundenen Anekdoten und tatsächlichen Angaben der befragten Zeitzeugen sind fließend. Es ist also eine schwierige Quelle, will ich es mal nennen. Tatsächlich befand sich, als Eva Braun im Herbst 1929 Hitler in München begegnete, die bayerische Landeshauptstadt bereits fest im Griff der NSDAP. Seit ihrer Neugründung 1925 hatte sich die Mitgliederzahl der Partei mehr als verdreifacht. Die NSDAP war nun nicht länger eine von vielen völkischen Bewegungen, sondern hatte sämtliche rivalisierende Organisationen aus dem Feld geschlagen. Hitler, ihr Vorsitzender, war in München seit Jahren eine Attraktion. Wöchentlich füllte er die Bierseele wie das Hofbräuhaus mit tausenden von Zuhörern. Die Beginn der Weltwirtschaftskrise, materielle Not und steigende Arbeitslosenzahlen versetzten die parlamentarische Demokratie in Deutschland in eine zunehmende Zwangslage und verhalfen der NSDAP landesweit zu einem enormen Aufschwung. Hitler stand also kurz vor seinem politischen Durchbruch, als er auf Eva Braun traf, die Frau, mit der er 16 Jahre später in Berlin sterben sollte. Eva Anna Paula Braun, die zweite von drei Töchtern eines Berufsschullehrers in München, wuchs, wie ihre Freundin Hertha Schneider nach Kriegsende erklärte, in nicht sehr erfreulichen Familienverhältnissen auf. Trotz eines soliden mittelständischen Wohlstands herrschten Spannungen in der Familie und Eva Braun, das erklärte Hertha Schneider später, verbrachte eigentlich ihre gesamte Kindheit im Hause ihrer Freundin und die Mutter der Freundin nannte sie auch Mama. Dennoch zog Eva Braun, die im Sommer 1929 nicht volljährig war, wieder zu ihren Eltern in die Hohenzollernstraße 93 nach Schwabing, nachdem sie ein Jahr in Marienhöhe in Simbach am Inn in einem katholischen Institut verbracht hatte, wo sie neben Haushaltsführung auch Buchhaltung und Maschinenschreiben gelernt hatte. Sie wurde somit für eine künftige Berufstätigkeit ausgebildet, ein Weg, der zu jener Zeit für Mädchen aus kleinbürgerlichem Milieu noch keineswegs selbstverständlich war. Die Beziehung Hitlers zu Eva Braun, ein zunächst noch sehr kindlich wirkendes Mädchen, wie man hier unschwer erkennen kann, das sich offenbar selber gerne fotografieren ließ, also sie posierte auf vielen Fotos, posiert sie geradezu im Fotohaus Hoffmann, soll zunächst platonisch gewesen sein. Tatsächlich bleibt die nähere Entwicklung der Beziehung Braun-Hitler bis 1935 unklar. Denn sowohl die Familie Braun als auch Heinrich Hoffmann hatten nach Kriegsende ein großes Interesse daran, größtmögliche Distanz zum NS-System glaubhaft zu machen, um die eigene Existenz zu retten. Schließlich ging es um die unmittelbare Nähe zu Hitler und damit um Mitwisserschaft, vielleicht sogar Mittäterschaft an nationalsozialistischen Verbrechen. So leugnete Hoffmann während seines Spruchkammerverfahrens in einer unveröffentlichten Verteidigungsschrift aus dem Jahr 1947 mit Politik überhaupt etwas zu tun gehabt zu haben oder gar führender Bildpropagandist der NSDAP gewesen zu sein. Zwar nannte er sich, das sieht man auch auf seinen Briefbögen bis heute, kann man das im Archiv sehr schön sehen, Reichsbild Berichterstatter. Das war ein Titel, den es eigentlich gar nicht gab, den hat er selber für sich erfunden und damit auch seiner Visitenkarten bedruckt. Im Nachhinein behauptete er aber, das seien seine Mitarbeiter gewesen und nicht er selber. Und nach 1933 besaß er in München neben dem NSDAP-Fotohaus auch noch das Geschäft der braune Fotoladen in der Barastraße sowie den Verlag nationalsozialistischer Bilder in der Theresienstraße. Und es ist auch bekannt, dass er mit seinen unzähligen Bildbänden, die in Millionenauflagen erschienen, das private Führerbild prägte. Aber er behielt sein Wissen über das Privatleben Hitlers für sich, obwohl er das besser wissen musste als jeder andere, da er ja als ständiger Gefährte in München, Berlin und auf dem Obersalzberg bis 1944 präsent war. Das Problem für ihn entstand nicht zuletzt dadurch, dass ihm während seines Entnazifizierungsverfahrens 1947 vorgeworfen wurde, durch das Verhältnis seiner jungen Angestellten Eva Braun zum NSDAP-Vorsitzenden an politischer Macht gewonnen zu haben. Diesen Vorwurf galt es für ihn zu entkräften und deswegen war von ihm kaum zu erwarten, dass er für die Nachwelt Licht in das Dunkel der Beziehung zwischen Hitler und Eva Braun bringen würde. Vielmehr sprach er von einer höchst unromantischen Bekanntschaft und schwieg über die Art seines eigenen Umgangs mit Eva Braun und ihrer Familie, denn nicht nur Eva Braun arbeitete für Hoffmann, sondern auch ihre jüngere Schwester Gretel Braun, die sogar kurz vor ihrer Hochzeit mit dem SS-General Hermann Fegelein tatsächlich zur Fotografin ausgebildet wurde in München. So, der Kontakt zwischen Hitler und Eva Braun intensivierte sich vor allem nach 1931, so viel ist sicher, nach dem Selbstmord der Stiefnichte Gilly Raubal am 18. September 1931. Nun trafen sich beide immer wieder, Eva Braun fuhr auch mit auf den Obersalzberg, wo Hitler seit 1928 ein kleines Sommerhaus gemietet hatte. Sie begleitete ihn sogar zu Wahlkampfreisen in 1932. Otto Wagner, einer der ständigen Begleiter aus dieser Zeit, hat darüber berichtet. Nach außen, auch unter Parteifreunden, betonte Hitler aber, er lebe nur für die Politik und verzichte auf ein Privatleben. Gemeinsam mit Goebbels inszenierte er vor allen Dingen nach dem Tod der Nichte, der ein großer Skandal gewesen ist in München, inszenierte er vor der Öffentlichkeit einen Einsamkeits- und Absonderungsmythos, der ihn persönlich unangreifbar werden lassen sollte. Hitlers Selbstdarstellung als über allem stehender Erlöser des deutschen Volkes sollte auf diese Weise Glaubwürdigkeit verliehen werden. So musste seine, wie auch immer geartete Bekanntschaft zu Eva Braun unter allen Umständen geheim gehalten werden. Eine Wende in der Beziehung erfolgte vermutlich Ende 1932, als Eva Braun mit einer Schusswaffe ihres Vaters einen Selbstmordversuch unternahm. Die näheren Umstände der Tat bleiben undurchsichtig. Selbst das Datum ist nicht vollkommen geklärt. Da gibt es unterschiedliche Angaben, ob nun im August 1932 oder im November. Doch von diesem Ereignis an wurde aus dem bis dahin lockeren Verhältnis eine festere Bindung. Hatte Eva Braun mit Kalkül gehandelt, Hitler vermutlich womöglich sogar erpresst, wollte sie wirklich sterben? Über diese Fragen kann nur spekuliert werden. Heinrich Hoffmann schrieb nach Kriegsende, Hitler habe ihm damals erklärt, dass er aus dem Zitat Vorfall ersehe, dass das Mädchen ihn wirklich liebe und er die moralische Verpflichtung fühle, für sie zu sorgen. Tatsächlich konnte er sich nur ein Jahr nach dem Selbstmord seiner Nichte und mitten im politischen Kampf um die Reichskanzlerschaft keinen neuen privaten Skandal leisten. In jedem Fall musste er Ordnung in eine Beziehung bringen, die er anscheinend falsch eingeschätzt hatte. Bis heute ist umstritten, ob Eva Braun tatsächlich die Geliebte Adolf Hitlers gewesen ist. Es gibt allerdings gewichtige Fürsprecher, unter anderem Albert Speer, aber auch der Begleitarzt Karl Brandt, Robert Lai, der Führer der Deutschen Arbeitsfront, Max Ammann, auch Heinrich Hoffmann, der im Grunde schon zu diesem Thema schwieg öffentlich, aber 1947 in dieser unveröffentlichten Verteidigungsschrift erklärte, diese Beziehung habe dann später, ab 1936, doch bestimmte Formen angenommen und Eva Braun sei von Hitler verwöhnt worden, wie man eben eine Geliebte verwöhnt. Im Gegenteil, dazu behauptete Christa Schröder beispielsweise, es habe sich um ein Scheinverhältnis gehandelt, das dazu benutzt wurde von Hitlers Seite, um sozusagen aufdrängliche Frauen von sich fernzuhalten. Das ist nicht sehr überzeugend. Ilse Hess, hier in der Mitte zwischen ihrem Ehemann Rudolf Hess und Hitler zu sehen, die mit ihrem Ehemann zu den engsten Vertrauten Hitlers gehörte, seit den frühen 1920er Jahren, erklärte in einem privaten Brief aus dem Jahr 1968, den ich erst im letzten Jahr zufällig im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern gefunden habe, dort wird der Nachlass von Rudolf Hess aufbewahrt, schrieb also 1968, sie hätten vor 1933 auf dem Obersalzberg alles miterlebt. Sie schreibt es an einen befreundeten Autor und sie habe zu Eva Braun wie zu ihrer Vorgängerin Geli Raubal eine nahe Beziehung gehabt. Tatsächlich versah Ilse Hess für die Freundin Hitlers eine Art Fürsorgerolle, die hatte sie auch schon für Geli Raubal inne und sie unternah mit Eva Braun Bergtouren, wenn Besucher erschienen, zu denen die Freundin nicht zugelassen war. Diese wiederum verkehrte mit und ohne Hitler im Haus des Ehepaares Hess in Harlaching, wie die Gästebücher, die dort auch verwahrt sind, zeigen. So war Eva Braun dort am 8. November 1933 bei den Hessen-Harrlaching, den zehnten Jahrestag des Hitlerputsches, gemeinsam mit Hermann Göring, Josef Goebbels, Karl Brandt und auch Elfriede Raubal, der Schwester der toten Geli Raubal, zu Gast. Der Aufstieg Eva Brauns in den inneren privaten Kreis um Hitler war also längst vollzogen, als sie eine Wohnung im repräsentativen Berghof erhielt. Das war also ehemals das Haus Wachenfeld, das in den Jahren 1935, 1936 umgebaut wurde und im Juli dann bezogen werden konnte. Hitler hatte das Landhaus 1933 gekauft und 1935 den gesamten Obersalzberg abriegen lassen, zu einem sogenannten Führersperrgebiet erklärt. Das Haus wurde umgebaut, modernisiert und Eva Braun bezog eine kleine Wohnung im ersten Stock des Haupthauses, die an Hitlers Schlafzimmer angrenzte. Hermann Göring, aber auch Albert Speer und Martin Bormann besaßen dort ebenfalls Häuser. Es war ein Areal, auf dem Gästehäuser, Hotels, eine SS-Kaserne, ein Gutshof Obersalzberg mit Wohnhaus und Stallungen und zwei Teehäuser entstanden. 1936 ordnete Hitler sogar die Errichtung einer kleinen Reichskanzlei dort an, in der Nähe, in der Nähe von Berchtesgaden, weil er sich auch als Reichskanzler nie länger als zwei oder drei Wochen in Berlin auffiel, sondern immer wieder nach München und dann auf den Obersalzberg reiste und im Sommer, selbst in der Kriegszeit, über Monate hinweg dort seine Zeit verbrachte. Hier und nicht in Berlin, das ist auch wichtig, entwarf er eben im Kreis seiner Vertrauten in den folgenden Jahren entscheidende politische und militärische Pläne, erließ er Gesetze und Verordnungen, empfing er Staatsgäste. Auf dem Obersalzberg, hier sehen wir eine Abendgesellschaft, ich muss mal, wo ich es mal aus, das funktioniert, ja, hier sehen wir Hitler und neben ihm Eva Braun und Gerda Bormann. Das war also die, im Grunde die übliche Gruppierung, er saß immer neben ihr und einer anderen Frau, die Ordonanzen im Hintergrund, weitere Gäste vor dem Kamin, das waren so Gesellschaften, die sich dann bis in die frühen Morgenstunden hinzogen. Also hier herrschte die Atmosphäre einer geschlossenen Gesellschaft und wann immer Hitler sich dorthin begab, war auch Eva Braun dort. Obwohl Hitler durch die Installation modernster Kommunikationstechnik eigentlich perfekt mit der Außenwelt vernetzt war, erfuhren viele Parteigenossen und Vertreter der Regierung, dass der Führer auf dem Berg unerreichbar war, wenn er es sein wollte. Umgeben von seinem persönlichen Stab und seinem engsten sozialen Kreis schuf Hitler auf diese Weise immer wieder Distanz zu seinen führenden politischen Mitstreitern. Die vermeintlich unbedeutenden, die Mitglieder des Adjutantenstabes, die Sekretärinnen, die Ärzte, Martin Bormann und nicht zuletzt auch Eva Braun, die in der Öffentlichkeit damals weitgehend unbekannt waren, besaßen demnach einen Zugang zum Machthaber der namhaften politischen Figuren der NS-Elite, darunter auch Göring und Hess, verwehrt war. Also um das nochmal kurz darzustellen, zu diesem Berghofkreis gehörten eben Eva Braun, ihre Schwester, ihre Freundinnen, Heinrich Hoffmann, seine zweite Ehefrau, das Ehepaar Speer, das Ehepaar Karl Brandt, Karl und Anni Brandt, Martin und Gerda Bormann, Nikolaus Freier von Below, seine junge Frau Maria, die Künstlerin Sophie Stork, Marianne Schönmann, auch eine Künstlerin, Freundin von Bekannte von den Hoffmanns, aber auch der Leibarzt Morell, ein Hermann Esser, ein Freund aus der Frühzeit und weitere, das waren eine Gruppe von 20 bis 30 Personen, die Hitler dort nicht immer umgaben, aber doch immer wieder dort auf dem Obersalzberg eingeladen wurden, aber es gab so einen harten Kern sozusagen die Speers, Belos und Brandt, die eigentlich immer mit ihm die Zeit dort verbrachten, denn Hitler war nie allein. In München nicht, auch natürlich in den Hauptquartieren nicht, er reiste nie allein, er ging nie allein essen, er machte gar nichts allein, er war immer in Begleitung und das eigentlich seit 1920. Eva Braun, die offiziell den Status einer Privatsekretärin erhielt, übernahm nach 1936 in diesem privaten Kreis mehr und mehr die Rolle der Gastgeberin. Hier sehen wir sie, neben Josef Goebbels, Albert Speer, ich meine es ist Karl Hanke und das ist die Sekretärin Christa Schröder. Also sie ist die Gastgeberin und Maria von Below sagte einmal in einer in einer unveröffentlichten Interview, das ich von ihrem Sohn erhalten habe, dass das Zurechtkommen mit Eva Braun im Grunde die Voraussetzung dafür war, dass man dort überhaupt eingeladen wurde. Also letztlich entschied sie, wer dort überhaupt zu privaten Essen und privaten Veranstaltungen eingeladen wurde. Wen sie nicht mochte, der durfte eben nicht kommen. Sie habe, klagte später Margarete Speer, eben zu sehr die Gastgeberin hervorgekehrt und es sei selbstverständlich das gemacht worden, was sie wollte. Sie attestierte Eva Braun eben rückblickend nicht Schüchternheit oder Genügsamkeit, wie es ihr Mann tat. Vielmehr bemerkte sie, Eva Braun sei sich ihrer Position durchaus bewusst und tonangebend gewesen. Niemand, so scheint es, hatte es gewagt, sich ihren Wünschen zu widersetzen. Und so zählte Margarete Speer allen gemeinsam verbrachten Tagen auf dem Berghof, Ausflügen und Skiurlauben zum Trotz, Eva Braun nicht zu ihren persönlichen Freundinnen, sondern, wie im Übrigen auch Magda Goebbels, zum Team ihres Mannes. Albert Speer, selbst machtbewusst und karriereorientiert, setzte nämlich alles daran, um dazuzugehören auf dem Obersalzberg. Und er registrierte ganz genau, wer zu welchem Zeitpunkt Hitlers besondere Gunst genoss. Es erstaunt, dass er in seinen Erinnerungen ausgerechnet Eva Braun als Indikator für den Einfluss ausmachte, den eine Person in Hitlers Nähe ausübte. Denn, wenn man seine Erinnerungen liest, beschreibt er sie als eigentlich eine völlig unwichtige, mit billigem Schmuck behängte Freundin, die kaum irgendwie beachtet wurde. Also, das ist sehr widersprüchlich, die Darstellung in den Memoiren Speers. Und seine freundschaftliche, ja vertraute Beziehung zu ihr, berechtigt daher zumindest zu der Annahme, dass seine Sympathie für sie nicht allein aus einem gewissen Mitgefühl für ihre Lage erwachsen war. So behauptete er, aufgrund ihrer gesellschaftlich ungeklärten Stellung sei sie so unsicher gewesen und er habe sich quasi ihrer angenommen. Denn für Speer, der ja 1937 Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt wurde und Hitler direkt unterstellt war, versprachen allein das Dabeisein und die menschliche Nähe zu Hitler einen einzigartigen Zugang zu Erfolg und Macht. Und Eva Braun, die öffentlich nicht in Erscheinung treten durfte, um Hitlers Führernimbus nicht zu beschädigen, nahm offenbar einen zentralen Platz innerhalb des Berghofkreises ein. Denn ließ sich über sie nicht noch ein engeres Band, ein engeres, persönlicheres Band der Freundschaft zu Hitler knüpfen. Auch Karl Brandt, hier links und rechts neben Eva Braun zu sehen, Hitlers Begleitarzt seit 1934 und ebenso wie Speer kein alter Kämpfer aus der Frühzeit der NSDAP, sondern erst nach der Machtübernahme von Hitler persönlich mit weitreichenden Sondervollmachten für das Gesundheitswesen ausgestattet, tat Eva Brauns Bedeutung im Kreis und Hitler keineswegs als unwichtig ab. Während seiner ersten Befragungen im Sommer 1945 bemerkte er allerdings, sie sei anfangs mit ihrem Aufstieg in die Welt der Reichen und Wichtigen überfordert gewesen und habe in den Jahren bis Kriegsbeginn bestimmte Gäste des Berghofs unter ihren wechselnden Launen leiden lassen. Und man sieht ja auch hier, dass er nicht besonders glücklich aussieht neben ihr. Also das war eine schwierige Beziehung. Jeder musste ihr zu Diensten sein, sagte Hans Karl von Hasselbach, ebenfalls ein Arzt, der zum Team Brandt gehörte. Selbst ihren Hunden wurde schön getan, beschwerte sich später Christa Schröder. Dennoch, auch nach 1936 arbeitete Eva Braun weiterhin für Heinrich Hoffmann. Sie war eine leidenschaftliche Fotografin und Schmalfilmerin und machte unentwegt Aufnahmen vom privaten Kreis auf dem Berghof. Hoffmann gab nach Kriegsende zu, ihr öfter Aufnahmen abgenommen und ihr dafür zum Teil sehr viel Geld gezahlt zu haben. Tatsächlich setzte Eva Braun Hitler gerade während des Krieges, das sind Aufnahmen hier rechts, die im Frühsommer 42 oder 43 entstanden sind. Ich meine Frühsommer 42 entstanden sind. Also während des Krieges setzt sie ihn als treu sorgenden Familienvater, der er ja gar nicht war, und sympathischen Privatmenschen vor der Kamera in Szene. Sie fotografierte und filmte Hitler des Öfteren mit den Kindern ihrer Schulfreundin oder den Kindern der anderen Besucher des Berghofs. So entstanden, das sind jetzt Aufnahmen von Walter Frenz, einem Kameramann von Leni Riefenstahl, der ab 1939, 40 auch zum Inner Circle quasi gehörte, der Fotos und Filme aus den Hauptquartieren machte. Und das ist oft gemutmaßt worden, dass Eva Braun und Hitler Kinder hätten, weil diese Bilder dann natürlich auch nach 1945 zirkulierten. Aber das sind die Kinder ihrer besten Freundin Hertha Schneider, mit denen sie sich im Grunde so darstellen lässt, als wenn sie jetzt den Vater empfangen, der von der Kriegsfront zurückkommt. Also es ist auch eine Inszenierung. Aber diese Bilder waren eigentlich nur für sie selber gedacht. Doch mit den anderen Fotos, die wir auch eben gesehen haben, verhielt sie sich an, dass sie waren nicht nur zu privaten Zwecken angefertigt worden, sondern sie verkaufte diese Bilder an Heinrich Hoffmann, wie auch ihre Filme, die er zum Teil dann auch in seinen Propaganda-Bildbänden veröffentlichte. Und wenn man auch sein Fotoarchiv in München sieht, in der Bayerischen Staatsbibliothek, da sind viele Bilder darunter, die von Eva Braun stammen, die natürlich, und das ist nicht mehr sichtbar, weil er natürlich sich selber als den Urheber angibt. Aber Eva Braun war damit, das macht das deutlich, eben Teil der Propagandamaschinerie um Hitler herum und saß nicht nur zur Dekoration auf dem Berghof. Tatsächlich war die private Existenz Hitlers nicht von seinem politischen Dasein zu trennen. Alle im Umfeld waren an Begebenheiten, die mit ihm zu tun hatten, ebenso brennend interessiert wie die neugierige Öffentlichkeit. Bei gemeinsamen Aufenthalten auf dem Obersalzberg wurde bei den Mahlzeiten und an den langen Abenden am Kamin selbstverständlich auch über politische Ereignisse gesprochen. Es gibt viele Darstellungen, die das belegen. So im Ostern 1938 wurde natürlich über den Einmarsch der Wehrmacht nach Österreich gesprochen, denn fast alle aus diesem Inner Circle hatten Hitler damals nach Wien begleitet und seine Rede auf dem Heldenplatz in Wien verfolgt. Auch die Verhandlung eines Nicht-Angriffspakts mit der Sowjetunion am 23. August 1939 wird von diesem gesamten Inner Circle nicht nur aus der Ferne beobachtet, sondern es befinden sich alle oben auf dem Obersalzberg. Alle warten darauf, dass Außenminister Ribbentrop zurückkehrt, warten auf das Ergebnis und feiern danach. Sie feiern ihren Führer als den Weltenbeweger, dem wieder ein großer Coup aus ihrer Sicht gelungen war. Auch die Verfolgung, die Entrechtung der jüdischen Mitbürger war im Berghofkreis kein Geheimnis, denn diese Leute lebten nicht nur abgeschlossen auf dem Obersalzberg, sondern sie hatten auch ihre Wohnungen in Berlin, in München und sie waren und müssen als Zeugen und Überzeugte angesehen werden, die ebenso wie Hitler den, wie sie es nannten, jüdischen Bolschewismus als ständige Bedrohung für Deutschland ansahen. Und um mal deutlich zu machen, wie tief das ging, Gerda Bormanns Vater Walter Buch zum Beispiel veröffentlichte 1939 ein Werk mit dem Titel des nationalsozialistischen Menschen Ehre und Ehrenschutz in dem es hieß, Zitat, der Nationalsozialist hat erkannt, der Jude ist kein Mensch, er ist eine Vollniserscheinung. Ähnlich äußerte sich Hermann Esser in seinem Buch Die jüdische Weltpest, das ebenfalls 1937 erstmals entstand, 1939 noch einmal neu aufgelegt wird. Also wir müssen davon ausgehen, dass es eine gemeinsame, ein Konsens, eine gemeinsame Überzeugung war, die dieser extreme Antisemitismus nicht nur allein von Hitler, sondern von auch allen anderen vertreten wurde. So unterschied sich die Lebenswelt Eva Brauns natürlich grundlegend von dem in der NS-Propaganda verbreiteten Frauenbild. Darin glich die Freundin Hitlers den meisten Ehefrauen der hochrangigen NS-Politiker. Sie führte ein privilegiertes Dasein mit Reisen, teuren Kleidern und gelegentlichen beruflichen Aktivitäten im Dienste der NS-DAP. Schon deshalb kann Eva Braun nicht als unbeteiligtes, gänzlich unpolitisches Schapper betrachtet werden, wie unter anderem Albert Speer später behauptete. Zudem war sie weder Hausfrau noch Mutter, wollte es höchstwahrscheinlich auch nicht sein und entsprach gerade dadurch den Bedürfnissen des 23 Jahre älteren Bindungsscheuen mit schrulligen Lebensgewohnheiten behafteten Hitler. Wie nun gestaltete sich das Verhältnis Braun-Hitler während des Krieges und während der letzten Tage im Bunker unter der Reichskanzlei? Mit Beginn des Krieges wuchs die Geltung Eva Brauns am Hofe Hitlers. Christa Schröder, Hitlers langjährige Sekretärin, bemerkte nationären Erinnerungen. Eva Braun sei sich in den Kriegsjahren ihres Einflusses auf Hitler sicherer gewesen. Sie sei selbstbewusster geworden, habe sich mehr an der Unterhaltung bei Tisch beteiligt und offen Unwillen gezeigt, wenn Hitler nach beendeter Mahlzeit über eines seiner Lieblingsthemen weiter debattierte, statt die Tafel aufzuheben. Eva Braun war somit offenbar die Einzige, die sich traute, dieser berüchtigten Beretsamkeit Einheit zu gebieten. Kein anderes Mitglied der Tischgesellschaft auf dem Berghof hätte ein solches Benehmen gewagt. Sympathien brachte es ihr nicht ein. Denn ihr Verhalten hob die Intimität ihrer Beziehung zu Hitler hervor und typierte alle anderen, die ihm unterwürfig begegneten. Nicht wenige nahmen es ihr übel, dass sie den Strahlenglanz des Führers beeinträchtigte, da sie mit ihm verfuhr wie mit einem langjährig vertrauten Ehemann. In Briefen Gerda Bormanns an ihren Ehemann ist auch zu lesen, dass Eva Braun, so sagte sie es an einer Stelle, Hitler am Telefon immer mit ihren Launen traktiere, wenn er sie vom Hauptquartier aus anrief. Eva Braun war nun neben Martin Bormann, den wir hier sehen, diejenige Person im privaten Umfeld, die für den NS-Führer, je länger der Krieg andauerte, mehr und mehr an Bedeutung gewann. Man kann eigentlich sagen, je schwächer Hitler wurde, angesichts des drohenden Verlustes dieses Krieges und des ganzen Debakels, steigen also Eva Braun und Martin Bormann nun zu den engsten Vertrauten auf. Wie wichtig sie jetzt offenbar persönlich für Hitler war, zeigte sich nicht zuletzt am 20. Juli 1944. Nach dem misslungenen Attentat auf Hitler erhielt Christa Schröder von ihm den Auftrag, seine von der Explosion zerfetzte Uniform an Eva Braun auf den Obersalzberg zu schicken. Die Freundin sollte, erinnerte sich Schröder, die Hose, die von oben bis unten in Fäden und Fetzen aufgelöst war und die Jacke, deren Rückenteil ein quadratisches Stück fehlte, aufbewahren. Hitler sei stolz auf diese Trophäe gewesen. Tatsächlich demonstrierte er damit gegenüber seiner Geliebten, dass auch er sich nicht einer Verwundung entzog, sondern wie jeder andere Soldat mit Gefahr für Leib und Leben am Kampf teilnahm, obwohl er ja in Wirklichkeit in seinem Bunker in der Wolfschanze wie in einer Festung saß. Er stilisierte sich selber zum Krieger, ja Helden, der Opfer für sein Volk erbringe. Eva Braun selber, das erzählte mir tatsächlich noch eine Freundin von ihr, die ich auch noch treffen durfte vor einigen Jahren, die mich kontaktiert hat, hat an diesem 20. Juli mit Panik reagiert. Als sie hört, sie waren am Königssee, zwar mit ihren beiden Freundinnen, ihrer besten Freundin und deren Cousine, die ich eben getroffen habe, und als sie zurückkam und davon erfuhren, dass es diesen Anschlag auf Hitler gegeben hat, soll Eva Braun sofort ihre Pistole geholt haben und gesagt haben, wenn ich ihn nicht erreiche, sie hat versucht, ihn am Telefon zu erreichen und es dann auch irgendwann geschafft, wenn ich ihn nicht erreicht hätte, hätte ich mich sofort umgebracht. Ohne ihn wollte sie nicht leben. Diese Freundin, das erzählte sie mir damals, seien da total schockiert gewesen, konnte es gar nicht glauben. Und so setzte Eva Braun selber, nachdem Hitler dann Mitte Oktober, also einige Monate nach diesem Anschlag, nach diesem misslungenen Attentat auf ihn, in Rastenburg ernsthaft erkrankt war, in München ihr Testament auf. Die gesamte Situation in der Wolfschanze erschien ihr aus der Ferne derart bedrohlich, dass sie mit Hitlers Ableben rechnete. Und das Testament, das sie dann machte, am 26. Oktober 1944, verdeutlicht die Entschlossenheit, der 32-jährigen Eva Braun mit Hitler zu sterben. Eine Zukunft ohne ihn kam in ihrem Denken nicht vor. Als Hitler am Montag, den 20. November 1944, mit seinem Gefolge die Wolfschanze dann bei Rastenburg für immer verließ und in die Reichshauptstadt fuhr, hatte Eva Braun ihre persönlichen Angelegenheiten in München längst geregelt. Am 7. März 1945 reiste sie endgültig nach Berlin, um mit Hitler zu sterben. Also diese Entscheidung war keineswegs spontan, wie auch oft dargestellt wurde, und unerwartet. Sie hatte im Grunde schon seit vielen Jahren auch ihrer Mutter gegenüber immer wieder klargemacht, dass sie mit ihm sterben würde, wenn es nötig sei. Mit ihren Betragen, also von Hitler erwartete sie, da gibt es auch viele Hinweise darauf, dass er seine Rolle selbst noch im Bunker bis zum Schluss perfekt spielen sollte. Mit ihren Betragen unterstützte sie sein starres Festhalten an einer unsinnigen Siegeszuversicht und der Illusion, doch noch die Russen zurückschlagen zu können. Augenscheinlich, das fand ich auch sehr interessant, schürte sie sogar sein Misstrauen gegenüber der engsten Umgebung dann in den letzten Tagen im Bunker. Wurmann und Speer fürchteten sie. Sie hatte sich nun also zu einer kompromisslosen Verfechterin der unbedingten Treue gegenüber dem Diktator entwickelt. Hitler trug dieser unbedingten Treue Rechnung, indem er Eva Braun in der Nacht vom 28. auf den 29. April heiratete, einen Tag vor ihrem gemeinsamen Selbstmord im Bunker. Was kann man also jetzt zusammenfassend über ihre Rolle sagen? Tatsächlich ist es so, dass sie innerhalb des privaten Kreises mit den Jahren eine immer bedeutendere Rolle spielte. Ihre Position im engsten Kreis war spätestens seit 1934, 1935 unangreifbar. Das hatte schon der Reichsparteitag 1934 gezeigt, es hatte Kritik an ihrem Auftreten gegeben, auch Magda Goebbels war darin verwickelt. Und das führte dazu letztlich, dass Hitler das Ehepaar Goebbels über Monate hinweg von sämtlichen Einladungen, privaten Einladungen ausschloss. Und also Goebbels selber dann sozusagen Abbitte leisten musste über Monate hinweg, um wieder eingeladen zu werden. Also es war klar, sie ist unangreifbar, niemand darf irgendetwas gegen sie sagen, sonst fällt er in Ungnade. Und deshalb gab es nicht wenige, die Hitlers Nähe suchten und sie hofierten. Dazu gehörte natürlich Speer, aber auch Göring, der als sein Stern im Sinken war, dann sich plötzlich versuchte, Eva Braun zu gewinnen, einzuladen und auf diese Weise wieder in die Nähe Hitlers zu gelangen. Aber auch Goebbels, Nikolaus von Below, alle suchten letztlich ihre Nähe dort auf dem Obersalzberg. Einerseits, aber andererseits entwickelten sich nicht wirklich Freundschaften mit diesem Zirkel, weil niemand ihr wirklich traute und niemand wusste, was erzählte jetzt ihm über uns. Also es war immer ein Gefühl der Unsicherheit. Und von daher war das eine Schicksalsgemeinschaft mehr oder weniger, die sich dort zusammengefunden hatte. Aber sie hatte eine herausgehobene, aber auch isolierte Position. Sie war bestimmend im sozialen Kreis. Sie war keine tragische Hörige, als die sie oft dargestellt wurde, denn sie hatte sich ihren Platz an der Seite Hitlers tatsächlich mit allen Mitteln auch erkämpft, ihr Leben auf Gedeih und Verderb mit demjenigen Hitlers verbunden und wurde gerade in den letzten Kriegsmonaten für ihn auch zu einer psychologischen Stütze, auf die er nicht verzichten wollte. Sie schmieden ja im Grunde noch Pläne, gemeinsam nach Linz zu gehen, dort zu heiraten. Dort wollte er seinen Alterssitz nehmen, also dieses Modell von Linz, das sozusagen in den letzten Kriegstagen im Keller der Reichskanzlei noch aufgestellt wird. Und man flüchtet noch in diese Vorstellung zusammen. Eva Braun war also nicht eine lediglich passiv dabei gewesene. Sie beteiligte sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Zwar blieben ihre Repräsentationspflichten im Lichte der Öffentlichkeit verwehrt, aber sie belieferte eben Heinrich Hoffmann mit diesen privaten Bildern und Filmen vom Berghof und von Hitler persönlich, die Hoffmann in seinen Bildbänden, die in riesigen Auflagen erschienen, vermarktete. So erhielt sie allein für eine Fotoarbeit 20.000 Reichsmark und verdiente somit das Vierfache ihres offiziellen Jahresgehalts mit einer einzigen Fotoarbeit für Hoffmann. Die starke Verflechtung von privaten und geschäftlichen Beziehungen im Umfeld Hitlers bezog somit auch sie mit ein. Und Heinrich Hoffmann nutzte Eva Brauns ständige Nähe zu Hitler auf dem Berghof, sowie ihr Privileg, jederzeit fotografieren zu dürfen. Heutige Fernsehdokumentationen über den NS-Staat arbeiten noch immer mit den von ihr gedrehten Filmsequenzen, die Hitler und seinen Stab auf dem Berghof zeigen. So lässt sich auch an ihrem Beispiel zeigen, dass die offiziell geleugnete private Existenz Hitlers von seinem politischen Leben, seinem politischen Dasein nicht zu trennen war. Und gegen Kriegsende eben wird sie zu seiner Komplizin. Sie unterstützt ihn in seiner Selbsttäuschung und dem Wahn von Verrätern umgeben zu sein. Sie geht mit ihm auf quasi Verräterjagd. Und keiner, jetzt ist es noch mehr so, dass keiner ihr traut und jeder fürchtet, von ihr verraten zu werden, wie Karl Brandt und andere, die ja noch in den letzten Kriegswochen natürlich versuchen, auch ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Sie ist der Meinung, alle müssten mit Hitler sterben. So zeigt schon die Beziehung Hitlers zu Eva Braun, dass es eben den bindungslosen Führer nicht gegeben hat. Und das war eine Legende, die er selber und natürlich die Propagandisten um ihn herum in die Welt gesetzt haben, um diesen Führer eben als Mensch unangreifbar werden zu lassen. Für viele glaubhaft verkörperte er auf diese Weise bis zum Ende den über allen anderen Volksgenossen stehenden, auserwählten Führer. Nach Kriegsende ermöglichte diese Entmenschlichung Hitlers, dass diejenigen, die ihm zuvor gefolgt waren, sich nun sofort von ihm distanzieren konnten und sich als Verführte sozusagen ihre eigene Mitschuld an den verübten Verbrechen leugnen konnten. Die Rekonstruktion der Lebensgeschichte Eva Brauns ermöglicht eine Vorstellung davon, wie Hitler wirklich gelebt hat und wer zu seinem privaten Umfeld gehört hatte. Sie selber schied in dem Bewusstsein aus dem Leben, gemeinsam mit Hitler einen Heldentod gestorben zu sein. Das zeigen Ihre letzten Briefe. Vielen Dank. Applaus